So, dann spiele ich mal ein bisschen Einzelspieler. Der letzte Tiger. Der Tigerpanzer ist eine legendäre Kriegsmaschine. Die Geschütze da liegt in kratzen in dicken Stahl haut kaum an. Ungefeindiger lebenden Biss des Tigers. Eine 88mm Kanone, die die meisten alliierten Panzer mit einem Schuss zerstört. Yeah Machine. Gucken wir mal nach. Beißen wir mal. Beiß, beiß. Yeah. Na los. Keine Ahnung, wann das online gekommen ist, aber ich war jetzt ein paar Tage nicht da. Ich meine, er wird nicht am Start. Ja. Wollen wir mal gucken. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Oh ja. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Ich bin nicht für der letzte Tiger. Es gibt hier noch einen Tiger oder was? Sei das? Tigerpanzer. Lass mich doch mal ein bisschen fighten hier. Ich fahre nur mit dem Panzer oder was? Und jeden Vaterland-Verteidiger wird erfahrt, dass er sein Leben opfert und bis zur letzten Kugel kämpft. Wir werden unsere Städte von den Eindringlingen befreien und den Feind vernichten schlagen. Offenmann. Ich bin Peter Müller. Yo! Oh! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Es ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja. Kommandant. Auf Ihre Position. Super. Wo steht er eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Partei in Ihnen erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert. Wieso drücklich ist er jetzt weg? Ich glaube nicht. Wir sind Kerz. Norosmann, lass mich ein bisschen fighten. Was zittert denn da so rum? Der ist doch leer, das Geschoss, oder? Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Echt? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Oh. Man ist am Verlieren, da rückt man natürlich vor. Was passiert mit denen? Tja. Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen sie das nicht. Ah ja. Wo ist das? So. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Na klar. Anson 1, drücken Sie umgehen zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Kartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, sein Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1, gehen jetzt in Position. War ich ja wüsstlich. Ich weiß es nicht. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. So, wir sind durch Land. Ja, ich denke mal da. Wir müssen sie flackieren. Wir müssen sie flackieren. Jawohl, Kommandant. Stand ruhig. Ich bin nach links gefahren. Sie scheinen sich schnell zu leeren, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Wir sind bereit. Vielleicht erstmal hier rein. Oh. Gib mir den Feuerschutz. Sie wissen, was sie zu tun haben, Katz. BAM! Oh Gott, ich zerfette einfach alle Gebäude. Oder was soll das? Ich muss sie mal. Baller sie weg. Amerikanische Infanterie vor uns. Schröder, an das IMG Feuer. Das Ziel bewegt sich noch. Ich weiß nicht so was. Ja, wir fahren da trotzdem einfach drüber hinweg, da? Durch die Barriere. Hier. Ja, der geht. Der geht. Der geht. Ich weiß nicht. Wo ist das? Oh, oh. Was ist denn da los? Oh, oh. X, X reparieren. Oh, da kommen die Bewegemann. Ich denke wir sind stark drauf. Anton 1 sein Oberkommando. Schienen sind frei von Falten. Gute Arbeit, Anton 1. Gegen einen Krieger haben Sie keine Chance. Habe ich jetzt einen Auge geschossen? Mann, nice. Sie haben es gehört, Katz. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Ach, ich fahle einfach gut. Das ist auch der Geist. Komm, Mann. Tja. So, dann gucken wir mal. Schönen. Sie rücken vor. Guter Schuss. Sie dürfen nicht zurückschießen. Die Panzer sind erledigt. Gute Arbeit. Ja, Mann. Ja, ich glaube, sie gewinnen. Ich krieg doch noch eine Runde. Gern. Das spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gebacken. Ja, das sieht aus. Ja, das sieht aus. Jetzt setzen wir alle weg. Im Grund und Dürren. Vorrücken. Und Verteidigungen zerstören. Der macht kein Muss mehr. So, wartet mal zwei Sekunden. Sind wieder Einsatzbereit. Das werde erledigt. Ja. Ja. Wartet mal zwei Sekunden. Ja. Ja. Jaja. Ihr könnt passern. Ich habe keine Zeit. rapaste cantidad ABS Häh! Was? Die Amerikaner laufen davon! Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? Ja, Mann. So geil, ne? Oh! Befehl bestätigen, Hartmann! Jawohl! Okay, Zweikon ist die Waffe so zu, ne? Wir sind jetzt zum Ziel vor! Nein, das weiß ich nicht. Ich fahre gerade aus weiter, was so lecker ist. Dann ist die Antillerie! Wir haben hier ne Menge Gegner, Kommandant! Na, das ist Schwette! Ich werde meine Mutter stolz machen! Gott! Seh gar nicht! Das sind das viele, Alter! Was soll das denn? Oh mein Gott! Schalten wir die Artillerie aus! Ich komm da gar nicht ran! Oh Gott! Das sind so viele! Und hier! Uh... ... ... ... Nein, gut weg! Ich muss mal ne Runde reparieren, das ist auch egal. Reparaturen erledigt! Ehm, weg mit dir! Ah, ist ja gut. Ja, Mann. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze hat man! Echt? Da haben wir schon eine Fussie, Mann. Schroeder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss setzt. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren muss, aber ich fahr einfach mal ne Runde. Oh, da hinten sieht's aus, als wenn da irgendwas durch ein Gericht. Boah, das Ding gefällt mir gar nicht. Was ist das? Keine Ahnung! Soll ich ihn in die Luft jagen, Kommandant? Ja, Mann. Oh Gott, was ist das? Was? Volltreffer! Eine Arbeit! Aber es ist noch nicht vorbei! Äh, dann reparieren wir mal so. Erstmal ne Runde, was soll ja, Gott. Alter! Es geht weg! Ja, Mann, wir lassen uns hier! Ich muss mich erst mal reparieren, Mann! Was wollt ihr denn? Ich muss mich da reparieren! Hallo! Oh mein Gott! So! So schnell es geht! Ich hab's gleich! Na, da hinten ist auch noch nett. Du Gott, ist denn das wirklich so nett. Schärmelpanzer! Mit Raketen! Schärmelpanzer! Hier schaff! Das war der letzte! Hut! 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 Da oben ist er! Mein Gott, ich kann nicht! Das war verdammt knapp! Es sind alle verbliebenen Panzer- einheiten. Ja. Ja. Und attackieren sie alle Feinzeinheiten, denen sie begegnen. Dann durchsamer Sammelpunkt. Bringen Sie die feindlichsten Truppen aus der Stadt zurück! Ja, Kommandant! Ok, da gehts ganz im Lammertuch. Nice. BAM! Ich schätze einfach alle Gebäude hier. Ah, wo gehts Land? Da wo die ganze Laufen sind. Beine hier. Was? Panzerfaust, Panzerfaust! Mal noch, überall Panzerfauste. Heißt uns bereit! Was? Wo denn jetzt schon wieder? Den hab ich doch gar nicht gesehen. Ach, da hinten. Ich guck mal! Ich guck mal! Ich guck mal! Die haben ja noch 92. Alles klar! Wir können los! Ja, Mann! Du, 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 du! Du, 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 du! Das ist ein Hinterhalt! Entschuldigung! Ja! Treffer! Aber die Panzerung hat gehalten! Einfach mal mit dem A498! Scheiße! Die haben echt keine Chance! Die kratzen uns ja gerade mal an! Was soll der Glatz? Die, 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 die! Ist das lustig? Ich! Oh na! So! Und da ist was? Fetz! 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 Vergreifen nicht abbrechen! Das ist Selbstmord! Wieso? Kann da alle draufgehen? Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben! Das sind einfach zu viele! Beruhig dich, Mann! Oh mein Gott, noch mal! Ruhe! Alle! Halten Sie den Rumpen! Wir sind gleich an der Brücke! Ja, Mann, da ist nicht vorbei noch... Oh, danke, danke, danke Oh, Hilfe, ich muss wieder E1 rücken Nein, wir haben noch einen Weg mit dir Nein, ich wollte E1 haben Reparaturen erledigt Danke So, zwei Führungen und schnappe die beiden Rackader So, gut, gut, Bähnungen Die Last 10 ist erledigt So, da können wir schon mal nicht landen Feindliche Panzer Oh, dann jetzt schon wieder Alter, das ist so neidig Wie viele Panzer haben Sie wohl? Ganz ruhig, wir schaffen das und wollen Sie nur kommen Oh, wo kommst du denn da? Geh weg Oh, das ist so neidig Das ist so neidig Das ist so neidig Das ist so neidig Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist da los? Verdammte Scheiße Scheiße, das ist nicht gut Ich sterbe Ich sterbe Wir werden es nicht schaffen Nein Ich will den zerstören Verdammte Scheiße Der ist